Wenn du ein echter OG Fortnite Spieler bist, dann solltest du diesen Trick auf jeden Fall schon mal gemacht haben. Und dann platzierst du einen Jumper auf den Boden und daneben noch eine Wand mit einem Bounce Pit. Dazwischen editierst du noch eine Wand genau zu diesem Torbogen, wie ich das auch gemacht habe. Und dann solltest du doppelt so hoch springen wie normal. Kennt ihr diesen Trick? Schreibt es in die Kommentare.